Hört, hört! Gläubige im Herrn! Hört, hört! Also trete daran! Zaudert nicht! Ich hab's gesehen, wie sie Schlegel und Eisen fallen haben lassen. Alle hin! Sie wurden ab 1527 von unseren Landesfürsten Ferdinand I. nadenlos verfolgt. 500 Kilometer haben wir uns durch einen pickelharten Dolomit gefressen, bei einem Daumen Vortrieb in 8 Stunden Schichten. Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Aber...